Wo es hingeht, ist ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Es gibt einige Gründe, aber die bleiben dann auch für mich. Und wie gesagt, heute Abend geht es mir eher darum, hier einen netten Abend nochmal in Hamburg zu verbringen. Weil, ja klar, Hamburg werde ich sehr vermissen. Ich muss sagen, ich bin da ganz offen. Neue Leute kennenzulernen oder auch in der Nähe von der Familie ist alles gut. Aber da bin ich jetzt nicht ganz festgelegt. Aber Köln ist doch schon ein guter Klub, oder? Ist ein sehr sympathischer Klub, ja. Wir haben uns eigentlich gewünscht, eher ein bisschen weiter oben mitzuspielen. Jetzt ist es so, dass wir einfach gegen den Abstieg kämpfen und da alles tun wollen in den letzten sieben Spielen. Um genügend Punkte zu sammeln, dass wir einfach im Mittelfeld bleiben und nicht dann noch in die Spirale nach unten rutschen. Aber ich bin auch ganz guter Dinge, dass das gut klappt. Ich glaube, das macht jeder Spieler anders. Ich bin schon jemand, der immer auf die Tabelle schaut, was könnte passieren, wenn wir jetzt gewinnen, wie anderen so spielen. Ist für mich immer schon spannend. Meistens trifft es dann nicht so ein, wie ich es irgendwie vermutet hätte. Aber klar, ich gucke schon immer gerne drauf. Und dieses Jahr ist es natürlich besonders interessant. Erstmal hoffnungsvoll bin ich auf jeden Fall sehr, weil unsere Mannschaft, viele Spieler kehren jetzt zurück aus Verletzungen. Da sind wir gut aufgestellt und für uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir einfach die nächsten zwei Spiele erfolgreich bestreiten. Vor allem natürlich gegen Aue.